Das sind Schauspieler, das sind keine echten Menschen und ich glaube, von der Sorte haben wir viel zu viele. In Italien müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten. Kann man nochmal? Entschuldigung, ich werde es ein paar Mal machen müssen, aber ich bin noch nicht gut genug drin. Halt einfach die Pappen.